Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 490 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017